so kalinski was hast du denn noch alles unter deinen töchen als magi freue ich mich immer super und lecker nudeln ich freue mich ne hast du noch was drunter kann ist noch was ja da ist noch was unter dir warte mal guck mal hier für die miezikatzis feucht futter tütchen die sind natürlich immer so nee brauchst du gar nicht reinbeißen das ist für euch ja das ist ganz super ne diese kleinen tütchen da steht ihr natürlich voll drauf ne passt noch mehr unter dir kalli die seifen oder was ist da noch da ist noch irgendwas ich komme nicht dran warte ich hab's gleich ja ach das war das spot on entschuldige kannst dich wieder hinlegen kannst dich wieder hinlegen kleiner mann ja ist dein karton ist gut ne ja ist dein karton alles gut kleiner mann